Moin alle und herzlich willkommen zu einem neuen Blog hier auf meinem Kanal. Ich bin's Marcel. In diesem Blog wird es mal was anderes geben und zwar habe ich im letzten Blog ja angesprochen, war das im letzten Blog? Im vorletzten Blog hatte ich angesprochen, dass unsere Heizung, die ihr hier im Hintergrund seht, die neue ETA Scheichholz Heizung, dass der Heizungsbauer da irgendwie eine Fehlplanung gemacht hat und ein Edelstellrohr doch nicht geht, deswegen musste jetzt ein gemauerter Fertigschornstein rein, oder Fertigschornstein, gemauert ist der in dem Sinne ja gar nicht, er ist bloß zusammengesetzt und ja, der mit Zementmöbel und dem Spezialkleber, der für die Schamottrohre da ist, verklebt. So und ja, ihr seht jetzt im Hintergrund die beiden Paletten, die sind eben gekommen, mit dem LKW, habt ihr vielleicht schon im Titelbild gesehen, der LKW war nämlich da, der Schornstein kommt von der Firma Schreyer hier, Schornstein fürs Leben, das wäre schon mal ein guter Slogan und ja, wir wollen die Dinger jetzt einmal auspacken, hier die Paletten zusammen, ich mach die mal auf, ich hab ein Messer dabei, guck uns das einmal an, was da alles dabei ist und hoffe ich mal, dass ich den Amy zusammengesetzt bekomme, richtig vernünftig, da gibt es ja im Internet auch Videos zu, deswegen, ich glaube, das soll da eigentlich kein Problem darstellen, so ein großes Hexenwerk wird das nicht sein, ja dann gucken wir uns die gleich einmal an die Sachen hier und stellen einmal fest, wo der hin soll, nämlich hier oben, ja dann fang ich an und wir schauen mal, ob es in diesem Block halt nur einen Schornsteinblock gibt oder auch noch irgendwas anderes zu tun ist, je nachdem, wie viel ich gleich filmen. So Leute, ich hab jetzt alles ausgepackt und ja, das sieht ziemlich komplex aus, dieser Schornstein hier, das sind ja ein paar Komponenten, ich sag mal, irgendein Kleber oder irgendwas, muss ich gleich mal gucken, da haben wir noch so einen Ablaufschlauch, weil unten ist ja auch ein Kondensatablauf oder Sauberablauf, irgendwie sowas, guck mal ja einmal hier rein, in die Aufbauanleitung, die ist nämlich auch sehr, eigentlich ist gut erklärt, hier ist vorne beschrieben, was wir alles brauchen, wie die Rohre miteinander zu verkleben sind und dann ist hier der Aufbau beschrieben, wie man agieren soll, einmal oben drauf, Aufbau Schornstein Kopfes und Aufbau Schornsteins selbst, da will ich gleich mal nachlesen und mir das einmal kurz aneignen, Zeitbedarf ist hier beschrieben mit 0,5 Stunden pro Laufenden Meter, wir haben hier 10 Meter, also 5 Stunden sollte das alles klappen, wenn man das natürlich mal gemacht hat und das schnell geht, das ist natürlich die Voraussetzung und das wird es natürlich nicht ganz so sein, also so schnell gehen, ich habe es nämlich noch nicht gemacht, so und hier sehen wir, wie der Schornstein aufgebaut ist, hier rechts im Bild, unten ist auch irgendwie so der erste Stein und da kommt glaube ich dieses Ding hier rein, dieses Kreuz, so kommt der da rein und da kommt der Schlauch da fest und der muss unten raus gucken, das heißt der erste Stein muss wahrscheinlich auch schon angeschnitten werden, das würde ich mir gleich einmal durchlesen hier, und die einzelnen Öffnungen, wir brauchen zwei Reinigungsöffnungen, die haben einen anderen Querschnitt als die, also muss hier aus dem Stein rausgeschnitten werden mit der Flex und Diamantscheibe und die haben einen anderen Querschnitt, also eine ganz andere Öffnungsweite als der Rauchgasanschluss, da, ja, wäre interessant würde ich mal sagen, ich würde sagen, wir starten, ich lese mir jetzt einmal durch und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich voll in Gange bin hier. hier So, wir machen jetzt gerade den Ausschnitt für die Reinigungstür. Also den Sockel haben wir schon gesetzt. So, hier unten haben wir den Sockel, da ist so ein Kondensatablaufhalter bei ihm mit so einem Schlauch, der soll gedreht reingelegt werden, damit da so eine Siphon entsteht, wegen Gerüche wahrscheinlich und vielleicht wegen Zugluft, dass er nicht unten Luft zieht. Naja, auf jeden Fall ist das hier schon reingekommen, unten haben wir einmal Isilierung untergemacht, eine Feuchtigkeitssperre und dann halt einmal den Beton ausgeglichenen Stein gerade draufgestellt. So, und jetzt kommt gleich der erste Stein, wo die Wartungsluke drin ist und dann kommt dementsprechend die, ja, die ganzen Steine rauf, bis oben dann der Stein mit dem Rauchrohranschluss rankommt. Das filme ich aber gleich nochmal. Ähm, ja, also eigentlich ist das schon ziemlich logisch hier und gut erklärt in der Anleitung. Das sollte eigentlich ohne Probleme klappen hier. So, wir filmen jetzt mal weiter und zwar ist es jetzt, ich weiß nicht, 17 Uhr, irgendwie sowas. Oben auf dem Strohboden angekommen, ihr seht, ihr seht, ist durch die Decke, durch das Schornstein, guckt oben schnell raus. Wir haben jetzt auch das, den Sockel so gesehen, eine ganze Weile sich abtrocknen lassen, weil wir haben in der Zeit halt die Zeit genutzt und hier oben so ein, ja, provisorisches Gerüst gebaut. Stand Sicherheit ist auf jeden Fall gegeben, weil hier zwei auf senkrecht stehende 10x10 Hölzer mit diesen Querstreben, die Querhölzern da miteinander verschraubt sind, durch die geschrauben. Äh, ja, zwei Paletten oben drauf, da drauf nochmal Bretter, ein bisschen Improvisorium hier, damit wir halt da oben hinkommen zur Decke. Oben kommt da dann raus, wo der Nagel da zu sehen ist. Und ja, ihr seht, die Gewindestange, also da ist so ein Versteifungsset mit drin, oder mit bei, auf 6 Meter Länge. Und wir haben jetzt angefangen, ähm, halt bei der Zwischendecke hier unten schon ein ganzes Stück bei dem Rauchrohranschluss die Gewindestangen mit reinzumachen. Wir konnten jetzt hier auch ein bisschen abtrocknen, es schon schon insgesamt, weil er ist sehr wackelig. Wenn ich mal so ein bisschen dran wackele, man sieht, dass er sich so ein bisschen bewegt. Und, ähm, ja, hier an der Zwischendecke darf auch nicht mit Beton befestigt werden, das heißt, hier darf es nicht ausgegossen werden, der muss wirklich freistehend sein. Steht in der Gebrauchsanweisung, um halt Schwingungen auszugleichen, nicht, dass sich hier irgendwas bewegt, oder durch Wärme, durch Thermik, hier eine Ausdehnung irgendwie stattfindet. Was eventuell ja anscheinend vorkommen kann und deswegen, wir dachten auch, wir können das hier vergießen und ein Brett vor, für Schalen so gesehen und dann Beton reinlaufen lassen, ist aber nicht, dürfen wir nicht. Das heißt, wir machen jetzt noch einen Stahl drauf und kommen erstmal Keile rein und später müssen wir hier irgendwie Rockwolle reinstecken und das dann ausgießen, weil von unten soll ja das Loch auf jeden Fall dicht. Und, aber so, dass dann halt der Schornstahl an sich diese, ähm, diese, wie heißt nicht, die Steine noch. Diese Mantelsteine, ähm, dass die halt nicht berührung haben mit der Zwischendecke hier. Ja, das ist so der Plan jetzt, wir machen jetzt nochmal weiter und hoffen, dass wir halt heute, wie gesagt, es ist glaube ich 17 Uhr schon, dass wir halt heute noch an der ersten Ebene ankommen mit den Gewindestangen, mit dem Versteifungsset, da wird immer dann so ein flüssiger Mörtel, kann ich gleich nochmal zeigen, wie wir das machen, mit reingegossen. Flüssiges Material, hier ist alles mit bei. Und, ja, dann soll das natürlich fest werden und das kannst du dann über Nacht, in der Hoffnung, so zumindest, bevor wir gleich, also wenn wir den Stein drauf gesetzt haben und weitermachen, kommt da noch ein Keil rein, so dass wir schon mal ein bisschen das fix haben, dass er sich nicht bewegt, wenn wir oben dran ruckeln. Genau, und hier diese Zwischenrohre halt, diese Keramikrohre werden halt mit Spezialkleber mal eingeklebt und dann mit so einer Spezialbürste, die dabei ist, ein bisschen Schwamm einmal feucht machen und dann muss man nur von oben mit einer langen Stange den halt durchschieben, so dass das halt alles hier von innen sauber ist und abgewaschen ist, so gesehen, ne, von den Außen, von den Innenwänden des Keramikrohres hier. So, wir machen mal heute weiter, heute ist richtiges Regenwetter draußen, ich höre das vielleicht prasseln auf dem Dach und wir sind zum Glück unter dem Dach und können hier weitermachen oder ich und ich will hier einmal kurz den Fortschritt zeigen, den wir gestern auch gemacht haben zum Schluss, wir sind nämlich jetzt schon ein ganzes Stück weit über dem Boden hier angekommen, ja, das Rohr ist hier, das Innenrohr, Keramikrohr, ich mache jetzt hier weiter und zwar werde ich jetzt als nächsten Schritt den Mantelstein oben draufsetzen und dann werde ich Kleber reinmachen mit den Klammern und dann noch das nächste Rohr und dann kommt wieder ein Stein, bevor kommen noch die Gewindelsteine, naja, ihr wisst vielleicht, was ich meine, ich lasse die Kamera jetzt mal kurz, ein bisschen laufen gleich, stelle die da oben hin, dass ihr nochmal so einen kleinen Ausschnitt seht, wie ich das mache. Es soll jetzt auch keine Anleitung sein, dass es genau so gemacht werden soll und wie ihr es noch machen sollt, das soll eher so ein Erfahrungsaustausch sein vielleicht oder ja, wie halt mein Erlebnis hier, wir waren beim Schornstein, hochziehen, hochmauern, richtiges Mauern ist es ja nicht, das ist ja eigentlich fertigsteine aufeinandersetzen. Ja, das schafft auch ein bisschen was hier, ihr seht ihr wo wir gestern noch angekommen sind und dieses Gerüst, das wir uns gebaut haben, das sollte ja eigentlich gleich relativ gut funktionieren, mal darauf rumzulaufen, denn wir wollen da oben ja aus der Decke rauskommen, wo der Faden hängt, wir wollen uns jetzt gleich weiter. 3 3 4 5 5 5 6 5 7 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir sind jetzt fertig mit dem Schornstein. Der guckt jetzt oben aus dem Dach raus. Fährst nahe. 40 cm Abstand hat er jetzt. Und 57 cm guckt er oben raus. Plus Haube noch. Ja, und eigentlich war das relativ einfach, das zu machen hier. Kann ich dazu bloß sagen, diesen Fertigstein. Und ihr habt es ja gerade noch gesehen. Eine Zeitrafferaufnahme. Ich konnte auch nicht so viel filmen, weil oben kann es die Kamera schlecht festmachen. Auf dem Dach. Oder am Dach. Und es ist natürlich ziemlich wackelig da oben. Man muss immer ordentlich aufpassen. Wir sind jetzt hier wieder unten am Fuß des Schornsteines. Am Sockel so gesehen. Und ja, das nächste ist, was ich jetzt machen werde. Wir können noch einmal hochgehen. Ist hier unten Beton aufgießen. Aber nicht an den Schornsteinrand betonieren. Sondern wir machen da. Ich habe gerade mal mit dem Bezirks-Schornsteinfeger von uns gesprochen. Wir machen hier so einen Randdämmstreifen rein. So einen blauen. Wenn ihr das jetzt nicht meint, kann ich gleich zeigen. Film das dann nochmal. Den man beim Estrich legen verwendet. Der kommt am Schornstein hier einmal ran. Und unten kommt dann irgendwie. Ich weiß nicht, da eine Schalung oder sowas. Oder dünne Bretter. Machen wir gleich. Um dann halt dementsprechend mit Beton auszugießen von oben. Das mache ich natürlich gleich hier nochmal sauber. Und dann wird das mit Beton ausgegossen. Kann ihn schön trocknen. Morgen wird er oben verkleidet. Da oben ist ja noch die Öffnung. Ist ja noch offen. Oben haben wir eine Tüte rüber gestülpt. Eine große Einkaufstüte. Spanhalter sind dran. Wenn ihr das sehen könnt. Die habe ich da oben. Die Spanabstände waren zu groß. Da habe ich einmal eine... Ich sag schon hier. Ich habe den Kantor zwischengeschraubt. Links und rechts. Und dann mit Gewinnestand gegengedreht leicht. Dass er halt ein bisschen Halt kriegt. Und dadurch ist er auch echt stabil geworden. Er hat vorruflich richtig gewackelt. Und wenn man ihn jetzt bewegt. Der ist richtig fest geworden. Und mit da unten. Wenn er da noch ein bisschen... Ja. Ein bisschen... Sag schon hier. Ein bisschen Festigkeit erhält. Dann ist das noch besser. Und dann wird er noch besser halten. Weil morgen. Werde er wahrscheinlich dann verkleidet von oben. Ja. Morgen wird er von oben noch wahrscheinlich verkleidet. Dass er es dicht gemacht wird. Und... So sieht es jetzt von hier aus. Oben ist er ganz leicht schief geworden. Dauerweise. Weil oben konnte man wirklich niemand mit der Wasserwaage ran. Und Schläf hämmern. Und ich musste auch auf dem Dach gestern sein. Oben sitzen. Und von hier unten saß Anke denn oben drauf. Und hat oben ein bisschen festgehalten. Meine Freundin. Und die Flüge einmal gleich gestrichen. Und so weiter und so fort. Und oben muss er dann halt noch verkleidet werden. Damit der Stein keine Feuchtigkeit zieht. Gut. Aber das ist dann morgen der Fall. Was das passieren wird. Wir machen jetzt hier gleich nochmal zusammen. Beton rein. Und so ein bisschen sauber. Ja. Das ist unsere Aufgabe. Und meine Aufgabe jetzt gleich. Einmal den ganzen Schmull hier wegbringen. Wir haben auch noch was über. Zehn Meter hatten wir insgesamt. Neun Meter zwanzig. Wir haben aber noch drei Außenmantelstücke. Das ist Mantelsteine über. Und so ein Innenrohr. Das andere hatte ich ja abgeschnitten. Ein Stück. Das ist noch über. Komischerweise. Ja. Neun Meter zwanzig. Bisschen Fährspaß. Und jetzt guckt er 57 Zentimeter oben raus. Oder oben rüber. Eigentlich. Eigentlich hätte das hinhauen müssen mit. Zehn Meter. Oder die haben zu viel geliefert. Ich muss nochmal nachts zählen mit einem Stein. Ja. Wenn die welche zu viel geliefert haben. Sagt man natürlich jetzt. Ähm. Sagt man jetzt natürlich nicht nein. Also. Das ist gut. Weil die kann ich wieder umtauschen. Und dann krieg ich sie wieder. Gut geschrieben. Hoffe ich mal bei Ziel. Sollte eigentlich möglich sein. Gut. Wir machen das einmal mit einem Randdämmstreifen. Ich packe den gleich da rein. Und ein Schalbretter ran. Irgendwas anderes. Mal gucken was ich daneben. Einmal einkeilen mit ein Stück Holz. Dass die nicht runterfallen. Und dann machen wir. Ein Futter Beton fertig. Hier ein bisschen was. Und dann gießen wir das voll. So. Jetzt habe ich den Randdämmstreifen einmal reingemacht. Das ist diese Rolle da. Ist hier einmal rumgekommen. Und jetzt werde ich Beton vorbereiten. Das lassen wir hier oben reinlaufen. Unten kommen noch Schalbretter einmal schnell vor. Und ja. Dann wird das ausgegossen. Von unten sind Stützengegen. Das ist das ihr kennt von hier. Die Ständer die hier stehen. Die Holzstücke. Und ich habe jetzt Mörtel hier fertig gemacht. Ziemlich flüssig. Einmal zum Vergießen von oben. Der Rammdämmstreifen ist dran. Hier ist die Wand ziemlich stark. Oder die Decke ziemlich dick. Deswegen hat er von der Stärke her nicht gelangt. Deswegen habe ich jetzt nochmal oben ein Stück raufgepackt. Dann müssen wir gleich vorsichtig rein kippen. Damit das Licht hier hinterläuft. Besser wäre noch ein Stück Klee. Ich hole da nochmal eins. So. Hier sind die Lichtverhältnisse nicht ganz so optimal. Die Lampe da oben bringt nicht viel. Vor allem weil die Palette davor ist. Na ja. Wir fangen mal an. Vergießen das. Wir müssen da hinten ein bisschen rütteln. Weil da sind unten ja Spalte. Dass das da irgendwie rein fließt. Wir müssen da hinten ein bisschen rütteln. Ich mache es nochmal kurz weiter mit dem Film hier. Und zwar will ich kurz zeigen, was hier noch passiert ist. Also wir waren nach stehen geblieben, dass wir den Schornstein zusammen einmal hochgezogen haben. Das Video habe ich ziemlich komprimiert jetzt gerade. Wo ich das geschnitten habe. Das war vor 40 Minuten. Die Kamera hat hier mitgelaufen. Und ich habe da halt, ja die Zeitrafferaufnahme hat halt so viel Videozeit gefressen. Und das habe ich jetzt am komprimieren. Dadurch ist das halt, ja, ziemlich kurz geworden jetzt. So der Sockel hier unten, der Schornstein steht. Er ist oben auch verkleidet. Mein Bruder hat das noch gemacht am Wochenende. Und ja, der Sockel hier unten, der hat seine Reinigungsklappe reinbekommen. Oben ist da auch eine. Also diese Blechdose, die da vor ist. Oder diese Blechtür. Und hier oben ist das Abgasrohr. Da muss da hinten noch diese Steinwolle rein. Das können die oder die machen, die Heizungsbauer. Oder die Monteure hier. Und das auch noch zurechtschneiden. Weil ich weiß nicht, welchen Durchmesser das Rohr hat. Oder ich weiß nicht schon, welchen Durchmesser das Rohr hat. Aber das ist besser, wenn die das dann gleich machen, wenn die das Rohr anschließen. Das Abgasrohr. Also die Frage war halt auch, die wir uns gestellt haben, denn wo ich nochmal nach gefragt habe, wo wir rücksprache halt dann, ob wir den Anschluss hier hin machen, dieses Abgasrohr, also die Abgasflansche, oder halt hier oben hin. Und ich habe nämlich jetzt für hier entschieden, weil das halt besser ist. Dann braucht man einen Bogen weniger. Und ja, da kommt es auch ein bisschen besser aus. Das sieht ein bisschen besser aus, finde ich. Als wenn das Rohr jetzt hier vorne hängt. Na, als Geschmackssache ist er praktisch. Dann braucht man halt einen Bogen weniger. Die Monteure haben hier noch weiter verrohrt jetzt. Das ist halt gepresst. Das geht ja relativ zügig, denn. So, hier oben auch. Und die Heizung steht jetzt final an ihren Punkt, wo sie stehen soll. Später auch. Das mit den Pufferspeichern, mit den Deckeln. Da ist immer noch nichts passiert. Die sind auch noch nicht fertig. Wir müssen hier noch irgendwie das machen, sodass der Deckel oben rauf geht. Weil auf diesen Deckel, der da oben rauf gehört, normalerweise. Warte mal, wo haben wir sie? Da stehen sie da vorne. Da sind diese Deckel, die gehören normalerweise drauf. Und die passen jetzt nicht mehr rauf. Ich weiß nicht, ihr könnt aber in die Kommentare schreiben, was würdet ihr denn machen? Ich würde auf jeden Fall jetzt davon, da mich beschweren, sagen, ich will Preissnachlass haben. Weil wenn ihr euch das mal nach oben anguckt, wie das dazwischen gequetscht ist, weil das ist ja nichts toll ist da jetzt mal. Weil er hier so reingepresst worden ist. Die Deesalierung da oben wurde ein Stück abgeschnitten. Und das ist meiner Meinung nach nicht, ja, nicht das Gelbe vom Ei. Leider. Die wollten eigentlich was Gutes haben im Vorzeugeobjekt und Heizung. Und dass wir jetzt so, ich sag mal, so ein Improvisorium hier stehen haben, gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Ähm, also Anko und ich, wir sind uns eigentlich sicher. Wir hätten dann lieber, sag ich mal, 1.500, 2.000 Euro mehr ausgeben für so einen dritten Speicher hier. Weil die unterscheiden sich im Preis nicht sehr doll. Wenn man kleiner nimmt zum größeren. Dann hätten wir aber lieber drei Speicher gehabt, die hier stehen. Und ein bisschen mehr Verrohrungsarbeit hätte dann geleistet werden müssen. Bloß, ja, dann wäre das vernünftig gewesen. Und ich sag mal so, hier die Montere waren das drei Tage, über drei Tage dabei, die Pufferspeicher alleine reinzustellen. Und dann halt die finale Position festzustellen mit mir zusammen. Und da hätte man, das haben sie im Angebot ja auch mal reingeschrieben, da hätte man normalerweise einen Tag für gebraucht. Da haben sie auch im Angebot so aufgenommen. Mit einem Tag haben sie da gerechnet. Und da sind sie jetzt über drei Tage dabei gewesen. Das geht eigentlich gar nicht so was. Ja, dann ich weiß nicht, so ein Membran hier. Ob der nicht auch verkleidet werden muss. Ich bin jetzt kein Experte. Ich habe mich damit vorher noch nicht auseinandergesetzt mit diesem Thema. Aber die Verrohrung dahin ist isoliert. Und der Membran selbst nicht. Der ist ja auch Kupfer, beziehungsweise hier der Membran besteht aus Stahl, das Gehäuse. Das ist ja auch, ja, leitet die Wärme. Die Flansche da, seht ihr ja, da oben. Gut, da nicht sind sie, wie sie hier. Aber die Ventile da, da muss ja auch normalerweise noch irgendwas rüber. Da weiß ich nicht, sowas finde ich auch nicht so ganz professionell. Wie weiß ich, fuck, wenn ihr vielleicht mal die Kommentare reinschreiben. Hier. Das hätte man meiner Meinung nach ein bisschen länger abschneiden müssen. Und, ja, ich habe jetzt mich ein bisschen schlauer gelesen. Eigentlich soll das noch verklebt werden hier. Also muss ja eigentlich viel strammer ran. Das ist ja nichts, nichts Tolles. Und hier muss das verklebt werden. Dann wird das hier oben drüber nochmal verklebt und dann gehört dann auch eigentlich so eine Kautschukisolierung nochmal oben drüber. Und die wird normalerweise mit Kleber hier eingestrichen und dann halt verklebt. Ich glaube, da gibt es auch so ein Spangen für, aber wenn man das verklebt, dann kann es so eine hundertprozentige Wärmeleitfähigkeit darstellen. Oder halt, dass die, dass die, dass es isoliert. Okay, ihr schreibt Bilder einfach in die Kommentare, wenn ihr das wisst, was wir da genau machen. Ja, muss normalerweise, damit ich halt informiert bin. Das wäre sehr nett. Weil ich hier definitiv mit dem Betrieb nochmal irgendwie schnacken muss. Wegen den Arbeitsstunden. Weil die, ich glaube, die sind jetzt doppelt so lange dabei, wie sie eigentlich kalkuliert haben. Und bei einem Angebot, wo kein Festpreistrend steht, wo die Stunden so aufgeschlagen werden, das ist ein bisschen hart. Denn, weil ich habe die ganze Planung hier nicht gemacht und, ja, das ist eben ein bisschen fehlgeplant worden. Das andere, was uns noch aufgefallen ist, ist hier, das hier oben, gehen sie mit Dickeisolierung. Die Kernlöcher sind nämlich zu schmal, also der Durchmesser ist zu klein für Isolierung. Da gehen sie von Dickeisolierung auf Dünne. Da hatte ich jetzt mich schlau gelesen und gelesen, dass man halt mindestens den Rohdurchmesser an Isolierungsstärke haben muss. Normalerweise ist es sehr doof. Von Dicke auf Dünn und dann wieder auf Dicke. Und, das ist hier, hier ist es auch dünn, das Rohr. Das ist ein 22er Leitung, muss das sein. Ist auch dünn und geht dann wieder auf Dicke, weil da oben passt da keine Dicke zwischen. Weil das halt so nah an der Decke dran ist alles. Ja, so eine Sache halt, ne. Naja, jetzt wollen wir noch mal über was Positives sprechen. Der Kamin, der steht halt, äh, der Schornstein steht. Und die Dicke haben wir hier letztens noch vergossen oben, das sieht ganz gut aus. Ja, ist verkleidet oben. Und ich hatte jetzt noch mal nachtgerüstet, hier eine Lampe da oben. Weil wenn man jetzt hier so reinguckt. Da wo wir sie später beschicken, oder befüllen wollen, die Heizung, oder beschicken, wie man das auch nennt. Und da kann man, wenn man jetzt reinguckt, nicht ganz so viel erkennen. So, es wäre auch geil gewesen, der Hersteller, die sich schon mal einfallen lassen, aber das ist anscheinend nicht so. Naja, und, ähm, ja, hier ist ein Schalter, den hab ich jetzt einmal umgeklemmt, die war vorne, Lampe oben dran. Und, wenn man, da leuchtet jetzt oben die Lampe und, jetzt kann man da schon mehr erkennen, wenn man da reinguckt. Weil ich will ja auch was sehen, wenn ich da Holz auch schmeiße, wenn ich das andere Licht ausmache, wird's noch ein bisschen besser. Also, für mich ja zumindest. Und, ja, nicht, dass ich da, ja, nix sehe, wenn wir reinschmeißen. Das soll ja auch ein bisschen komfortabel sein, und dass man die Augen sich nicht kaputt macht auf Dauer. Und die Lampe hier, die hat auch die Hälfte an Watt, wie so eine große Lampe, und dann halt nur eine. Da sparen wir auch gleich noch ein bisschen Energie. Genau, so, nee, aber das ist das, ähm, das ist der Stand der Dinge hier gerade. Und ich hoffe mal, dass die jetzt die nächsten Tage fertig werden. Nächste Woche werdet ihr dann, dementsprechend, sehen, wie sie fertig angeschlafen sind. Das hoffe ich zumindest mal, mit dem Abgasrohr und Co. und vielleicht den ersten Testlauf gemacht worden ist. Und, ja, wenn ihr so nett seid, halt, könnt ihr einfach in die Kommentare reinschreiben, wie das mit der Isilierung ist. Das würde mich echt interessieren, dieses Thema. Vielleicht ist ein Heizungsbauer dabei, oder ein Monteur, der kennt sich damit aus und weiß, wie es eigentlich normalerweise sein sollte. Und eigentlich habe ich ja auch das Recht zu sagen, bei dem Preis, was ein Teil hier kostet, das Recht dazu sagen zu dürfen, dass das vernünftig gemacht wird. Soll, weil das soll ja die 40 Jahre drinbleiben, das Ding jetzt nur und ich gucke jeden Tag darauf. Ja. Und ich wollte nochmal danke sagen für die ganzen Kommentare hier mit dem Schornstein und das letzte Video mit dem Flügen und Fräsen und so weiter. Da habt ihr auch fleißig kommentiert. Danke dafür. Das ist immer wieder nett, sich das durchzulesen und gutes Feedback zu bekommen. Oder halt konstruktive Kritik, das ist auch immer nett. Ja. Ich sage danke, das Video soll jetzt vorbei sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit der Heizung oder mit anderen Dingen. Bei Schwiegereltern ist ja auch noch das Flügen und Buchweizen einpflanzender. Wenn der Buchweizen reinmachen will, Schwiegervater, er hat es gemerkt, dass das ziemlich teuer wird. Echter Buchweizen, der auch für Bienen geeignet ist, weil er wollte sicher so eine Blühwiese machen mit Buchweizen. Ja. Auf jeden Fall schaltet wieder rein, dann seht ihr das und bleibt gespannt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, das wäre nett. Und einen Daumen nach oben geben, im Video zumindest. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.